Wenn wir den Bullen eine Pizza geben, dann machen die bestimmt auch Koks mit uns. Abholzeit? Auch keinen Bock abzubieben. Hallo? Lassen wir einen Schein machen. Ja? Ja, kann uns jemand einen fetten Truck abgeben? Bitte. Welcher gehört hier denn? Äh, dieser grüne Daffel. Ich hab noch ne Frage, ist es möglich, dass sie uns für Diamantenhändler begleiten? Muss ich eben ne Anfrage. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn die alle weg sind. Ja. Wieso sollte ich mich bei irgendeiner Gruppierung melden, um zu farmen? Das ist doch mal das Dümmste, was geht. Ich weiß, dass das das Dümmste ist, was geht, aber genau das ist ja, genau das ist der springende Punkt. Ähm, die wollen halt Geld. Und dadurch machen sie es sich einfach sicherer, wenn sie konstant Geld bekommen. Ähm, und halt nicht das Risiko haben mit Überfallen, sondern das Geld einfach so bekommen. Natürlich ist das assi. Also Öl ist nicht mag. Äh, wie war das jetzt? Kommen Sie mit zum Händler? Ja. Äh, ja. Also halt, ich hab darauf gebeten, ob sie uns geblieben sind. Äh, was willst du kaufen? Äh, ich will ein Magazin kaufen. Äh, dann kannst du auch einfach auf Gang kaufen gehen und dann boostest du es direkt von der Gang ab. Echt? Wie, wie auf Gang? Also ich geh da drauf? Einfach ganz normal? Dann gehen kaufen. Okay. Wurde will der hin? Ja, wenn Lukas AFK ist, dann... Ja, ich bin nicht AFK. Kann ich dir einen Truck ausleihen? Äh, ja. Äh, könntet ihr mir vielleicht kurz helfen beim Verkauf auch? Ja. 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 Kann ich mir kurz beim Verkaufen helfen? Äh, es geht halt jetzt, ne? Ja. Von was? Von Dias. Eine Ladung. Also ich wäre dabei, aber ich... äh, ich kann halt nicht wegen nichts, äh... Warte mal Marco, wir helfen ihm stark aus, ich hol mal ein SUV, wir helfen ihm damit, weil hier ist eine Garage. So. Wir kommen mit... Muss aber mal gleich verarbeiten und verkaufen. Okay, warte kurz, wir kommen zum Händler gleich mit dem Auto. Steht ja kein Polizist mehr. Ja. Ja. Ich bin ja nur wegen uns gekommen, weil ich sie geschehen mache. Hm, könntet ihr mir dann auch gleich nochmal Schutz geben, dann fahren wir alles zusammen zum Hutschein. Äh, ich würde als Sport irgendwie 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 mit nem Hubschrauber oder sowas näher kommen. Ja, aber wenn du... wie gesagt, wenn du kurz wartest, ich komm gleich mit dem SUV mit Marco zum Diahändler. Okay. Hubschrauber. 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 Oh man, was hab ich hier aus. So süßig. Hubschrauber. 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 So, jetzt Straßenverkehrsregeln beachten, Blinker setzen und durch. Hubschrauber. Loosisch rein. Drum jagen die hier über einen? Mal mit ein guter Straplin? Ah ja, alle Stürmer. Jagen, wie sagst du mir den Weg zum Diahändler? Zur Händlerkarte. Ich fahr nach rechts erstmal auf die Hauptstraße. Hauptstraße. Was? Was? Ich bin gest... Nein! Was? Was? Nein! Nein! Hacker. Was war das jetzt? Ja, noch ein Hacker, Alter. Oh, ein Hacker, geil.